So, neuer Tag, neuer Shop, ihr wisst ja, wir müssen uns immer erstmal bedanken, an B.B.W. müssen wir uns heute bedanken, natürlich bei unseren neuen Mitgliedern. Einmal danke an DarkRaptor353, Gruß geht heraus, dann LetchitWunsch590 und ScaryEyes. Erstmal vielen Dank, dass ihr jetzt in der Familie seid und natürlich auch danke für euren Support in dem Sinne. So, aber wir gehen natürlich jetzt rein in den Itemshop und ich habe schon reingeguckt, also Achtung, was ist das? Das ist wirklich verrückt. Das ist crazy. Weil ganz ehrlich, wie soll man denn den Skin spielen? Der ist wirklich ein bisschen übertrieben fällig. Also da war ein Spezialist am Werk. Also ganz ehrlich, schreibt mir bitte in die Kommentare, würdet ihr euch diesen Skin jemals kaufen? Also ich definitiv nicht. Weil den kannst du wirklich nur benutzen für Just4Fun irgendwas, aber... Puh, da ist auch nichts lustig dran oder so. Es wird fast behaupten, da war ein Praktikant am Werk. Und dann haben wir natürlich noch Herzschlag dabei. Ja, der Ton ist wirklich nice davon, aber... Ja, 800 V-Bucks, das muss dann halt jeder wieder für sich selber entscheiden. Dann haben wir natürlich die Kuschelkrallen wieder mit drin. Die sind wieder nice. Da ist der Ton auch recht gut. Dann haben wir natürlich die Kuscheltarnung wieder mit drin. Wie gesagt, da muss ich eben an die Hosen von meiner Frau denken. Die hatte früher so eine Flecktarnhose, genau in dem Stil. Aber ja, die Tarnung ist okay, sagen wir mal so. Damit haben wir Bear Force One. Also damit fällst du definitiv auf, wenn du am Himmel rumfliegst. Dann haben wir natürlich die Kuschelbeauftragte. Was ich persönlich finde, sie ist einfach die beste, was so das Thema Liebe betrifft. Aber das ist eigentlich so wirklich der beste Szene. Alle anderen sind irgendwie so ein bisschen seltsam, finde ich. Dann haben wir natürlich noch Kuschel Airlines. Ja, aber die sind mir alle einfach zu groß, die Kleider. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Dann die Kuschelfallen, ja, aber die hatten wir ja schon. Und denkt dran, wenn ihr euch was aus dem Liebes-Set holt, vergesst nicht, meinen Creator-Code einzutragen. Yt-Family-Hack. Ihr wisst doch, Support ist kein Mord. So, dann haben wir Scherline mit drin. Mit einem neuen Stil anscheinend. Ah ja. So, hier noch das passende Rücken-Assessor. Ja, gut, ist jetzt nichts Besonderes in dem Sinne. Aber immerhin, es gibt wieder ein bisschen was Neues. Wenn ihr den Skin schon habt, habt ihr es natürlich nicht gesund bekommen. Dann haben wir eine neue Tarnung, nämlich Schlecker-Schäle. Okay, die ist nice. So ein bisschen Hello Kitty-mäßig, finde ich. Und Hello Kitty mag ich überhaupt nicht. Aber es ist halt eher für die Mädels unter euch. Von daher, gönnt euch. So, was haben wir noch drin? Wahre Liebe. Oh, da muss ich natürlich wieder Danke sagen. Wurde mir geschenkt, weil ich habe es mir bestimmt nicht gekauft. So, dann haben wir wieder Musik. Ja, auch bei ihm sieht es natürlich ein bisschen komisch aus beim Tanzen, aber geht eigentlich vollkommen klar. Dann haben wir noch mal ein Küsschen im Mut. Okay. Da muss ich ehrlich sagen, hier sind es fünf Herzen und da ist es ein Herz. Aber dann haben wir noch ein wahres Herz. Oh Gott, bei dem Skin sieht es auch noch so komisch aus irgendwie. So, dann haben wir immer noch das Set komplett drin. Harley Quinn, wie ihr seht, ich habe es ja komplett geholt. Also ohne Quart, ich bereue es auch nicht, dass ich mir das Set geholt habe. Also man kennt es ja öfters, man kauft sich was und dann ach nee. Aber das Set ist wirklich nice. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Also wenn ihr den Skin noch nicht habt, gönnt ihn euch. Und das sah ich wirklich selten. Dann hier nochmal, gerade mal kurz durchgehen. Der Baseballschläger. Ich habe ihn mir gekauft und habe ihn schon einmal benutzt. Aber liegt daran, da ich einfach den einzigen Geschenk bekommen habe. Also ihr rufen, groß geht da nochmal raus. Und dann, ihr wisst schon wen. So, dann haben wir das Metallmasking Set. Das ist immer noch drin. Also die Sets sind komischerweise wirklich diesmal sehr lange drin, finde ich. Wie gesagt, gibt es in drei Stilen. Aber ich sage ja, meins ist es nicht. Wenn würde ich halt die Variante spielen, egal ob männlich oder weiblich. Aber so an sich, ja, ich weiß nicht. So, dann haben wir den Liebestorn noch drin. Da hatte ich ja gesagt, wenn nur die dunkle Variante. Die kann man in meinen Augen noch spielen. Die andere ist ein bisschen zu hell, finde ich. Dann haben wir das weiteren Herzensbrecher mit drin. Viele haben sich den ja geholt, statt die männliche Variante. Aber ich sage ganz einfach, die Frisur gefällt mir nicht. Ich weiß, man sieht den Skin von hinten. Aber auch das hier gefällt mir optisch gesehen nicht. Aus dem Grund habe ich mir auch den Skin eher von euch gewünscht. Und erstmal wieder Danke für alles. Also es ist wirklich nice. Es ist auch nice zu spielen. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Und dann haben wir schweres Herz. Kam hier gestern neu rein. Ich hatte dazu gestern im Livestream schon was gesagt. Also der Skin ist wirklich, keine Ahnung. Da muss ich wirklich aufpassen, dass ich mir in der Wortwahl nicht falsch treffe. Also ich würde einfach mal sagen, der Skin ist ein bisschen krank. Also wirklich krank. Also ich denke da irgendwie an so einen Psychopathen, keine Ahnung. Aber nicht an irgendwie was Positives. Seid mal bitte nicht böse. So. Und dann haben wir den Liebesvanger natürlich noch drin. Einmal die gute Variante. Die liebe Variante. Ich habe ja leider den Gefallenen, den ich mir mit dem Paket gekauft habe. Und was das betrifft, wir haben jetzt schon unsere V-Bugs eigentlich komplett. Mir fehlt jetzt nur noch eine Tagesaufgabe. Im Prinzip zwei Tagesaufgaben. Und ich habe alle 2000 V-Bugs eingesammelt. Plus halt hier noch das für den Hintergrund. Also es lohnt sich eigentlich wirklich. Und du kriegst halt wirklich schnell die Mission zusammen. So. Das war es dann eigentlich schon mit dem Item Shop. Wir gehen noch schnell rüber in Rette die Welt. Und denkt dran, vergesst nicht. Guckt nach, ob mein Creator Code noch drin steht. Weil es werden leider immer weniger. Es werden immer mehr Mitglieder, aber weniger, die mein Creator Code eingetragen haben. Also guckt da einfach mal nach. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir schon mal ciao denen, die nun im Item Shop da sind. Wir gehen noch schnell rüber in Rette die Welt. Da kam jetzt auch ein neuer Shop. Da gehen wir da mal ganz kurz drauf ein. Und ich muss leider schon sagen, es gibt leider keine V-Bugs. Also es werden derzeit echt wenig V-Bugs rausgehauen. Wirklich komplett wenig. Noch keine 500 inzwischen in einem Monat. So, und kam. Was haben wir schönes? Ach. Ein schönes gründer Lama. Wir gehen noch direkt rüber in den Lama Shop. Da haben wir das normale Upgrade Lama. Aber Upgrade Lama ist heute mal ganz lost. Was gibt es hier? Oh. Oh. Aber für 1500 V-Bugs ist das ein bisschen heftig. Ja, auch wenn du hier quasi nochmal drei Trollschatz Lamas kriegst. Heißen die auch, oder? Ne, Mondlama kriegst. Aber für 1500 V-Bugs, das ist ein bisschen crazy. Also da wird auch glaube ich ein Schleuderaffen nicht zugreifen. So, wir gucken gerade, was das neu im Shop ist. Äh, gut, die Bodenstacheln kamen gestern unscheinend rein. Und die Kupferlasersense. Aber, hier, skin-technisch, noch nichts. Liegt aber auch daran, da wir einfach keine neuen Missionen haben oder etc. Weil derzeit in Rettet die Welt, wenn da alles steht, heißt immer auch, warum auch immer, steht hier auch alles. So, denkt dran, vergesst nicht eure Materialien zu kaufen, alles was ihr kaufen könnt, einfach rauskaufen. Glaubt es mir einfach, ihr werdet es später brauchen. Auch wenn ihr jetzt sagt, ja, ich hab doch über 1000 Stück davon. Die werden nicht reichen. Glaubt es mir einfach nicht. Also könnt ihr auch gerne in den Stream kommen und nachfragen, aber ihr werdet die Dinge immer wieder brauchen. Und ihr könnt eigentlich nicht zu viele haben. Zumindest noch nicht. Also müsst ihr schon deutlich hochgekommen sein, damit das funktioniert. So, dann sage ich erstmal danke dafür, dass alle da waren. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen für die, die jetzt noch da sind. Aber die Ehrenmänner machen das sowieso immer. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.